Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Quest Achievement, das Horden-Only ist und zwar heißt das Erfahrene Sandangler und für dieses müssen wir alle Sandwurmschuppen beim Sandfischen in Voldum erangeln. Und das geht nur während einer bestimmten Worldquest und zwar ist die gerade bei mir ab, hier Sandfischen heißt die und dafür müsst ihr hier in einem Gebiet solche komischen gefräßigen Sandwürmer erangeln und das macht ihr, indem ihr hier so einen Button drückt und dann kommen nach einer Weile diese Sandwürmer hoch und ihr seht hier liegen schon einige, also ich habe schon ein paar umgebatscht und ihr seht hier kommen diese Sandwürmer. Wir können jetzt mal hier rein looten, es würde hier diese Questgegenstände geben, aber die wollen wir nicht looten, deswegen habe ich Autoloot ausgemacht, denn sobald ihr 8 gelootet habt, ist hier Feierabend und die Quest ist weg und ihr könnt auch nicht mehr angeln, deswegen müsst ihr Autoloot ausmachen und nur diese Dinge hier looten und das ist das letzte was mir noch gefehlt hat und ich habe dementsprechend mein Achievement. Es sind, wie ihr seht, hier 5 Stück, die sind ziemlich selten drin, ich glaube ich habe jetzt insgesamt, also ich habe es auf zweimal jetzt geangelt, einmal vor und einmal nach dem Raid, ich habe etwa jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang diese Würmer rausgeangelt und diese Dinger zu bekommen, die sind relativ selten und ihr solltet auf jeden Fall den Autoloot ausmachen oder ihr könnt glaube ich auch in eine Raidgruppe gehen, dann könnt ihr nämlich die Quest-Items nicht, oder bekommt die Quest-Items nicht und dann habt ihr quasi, ja, wenn ihr eine gewisse Zeit durchgehalten habt, quasi einmal das Achievement. Empfehlenswert ist es, das vielleicht auch in einer Gruppe zu machen, weil dann könnt ihr einfach mehrere von den Viechern rausangeln und der Wecker eben geht ein bisschen zügiger. Ich habe mich einfach für Gruppen im Tool angemeldet über den World Quest-Tracker, oder war das World Quest-List? Ich bin mir gar nicht sicher, eins von meinen beiden World Quest-Adams war es auf jeden Fall. Also hier nochmal zum zeigen, Sandfischen heißt die World Quest, die ihr braucht, die ist relativ selten nur da. Ja, das war es auch schon mit dem kleinen Achievement-Guide, ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, sollte es der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Eutla, bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!